Hast du Lust auf Just? Dann steig bei uns ein. Mein Name ist Birgit Rehberg und ich bin seit 15 Jahren begeisternde Just-Beraterin. Meine Haut war damals komplett aus dem Gleichgewicht. Und so kam ich zu Just und das war für meine Haut die Rettung. Just ist ein Schweizer Familienunternehmen, das sich seit über 90 Jahren zum Ziel gesetzt hat, Menschen auf ihrem Weg zu Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden zu begleiten. Als Beraterin genießt du so viele Vorteile. Flexible Arbeitszeiten, gut im Einklang mit Familie und Beruf. Einschränkungsmöglichkeiten, super easy. Provisionen erhältst du auf deinen Umsatz und somit kannst du dein eigenes Einkommen aufbessern. Dann hat Just noch mehr zu bieten und zwar Produkttrainings, Weiterbildungen, Ausbildung zu Vital- und Wellnessberaterin und vieles mehr. Mit dieser Einsteigertasche kannst du sofort loslegen. Es macht so viel Spaß und du kannst nur gewinnen. Die bekannte Schweizer Lifestyle-Expertin Luisa Rossi ist ein riesen Fan von Just-Produkten. Luisa, was ist eigentlich dein Lieblingsprodukt? Mein absoluter Favorit, das ist das 31 Kräuteröl. Der ist auch in der Einsteigertasche. Und zwar habe ich den genau vor 10 Jahren kennengelernt in New York. Ja, ich habe da meine Yoga-Ausbildung gemacht und ich musste so viel lernen. Es war so intensiv, mein Kopf, mein Gott, kam schon Rauch draussen. Und mein Mitbewohner hat gemeint, er hätte was für mich und brachte mir das 31 Kräuteröl, hat es mir auf die Stirn getan und unter der Nase. Und ich konnte wieder atmen und ich habe gesagt, wo ist das? Aus der Schweiz. Ja, ist die Welt nicht klein? Applizieren tue ich es auf ganz verschiedene Arten. Am liebsten lege ich ein paar Tropfen auf die Hände, reibe es ein, einatmen, absolut herrlich. Auch in die Creme rein und damit tue ich meinen Körper massieren, ach, was für eine Wohltat. Mein zweiter Liebling ist die Appenzeller Heublumengreme. Das ist für mich der absolute Allrounder und ich benutze es von Kopf bis Fuß. Edelweiss, Heublumen, Arnica aus der Schweiz, das ist für mich naturpur. Und ich benutze es für die Ellenbogen, für die Hände, für die Knie, für die Füße, für die Lippen, fürs Gesicht, eigentlich für alles. Also mein Allrounder. Diese und noch viel mehr befindet sich in dieser coolen Startertasche. Jetzt sag mir eins, Birgit, wie wird man am schnellsten und am einfachsten Just-Beraterin? Mit dieser Tasche ist es ganz easy, ohne Risiko, ohne Vorab-Investition, mit ganz viel Spaß in einem tollen Team. Kontaktiere deine Beraterin oder geh auf unsere Webseite und registriere dich jetzt. Hey, los auf Jus, dann hol dir deine Einsteigertasche. Ganz genau.